Drei Fragen an Frohe Theaterproduktion. Am 29. November hat die Impulsproduktion Mindstate ein Stück Hoffnung von Frohe Theaterproduktion im Loft Premiere. Vor mir sitzen die beiden Regisseurinnen Barbara und Angelika. Frage 1. Was passiert in Mindstate? Mindstate ist ein Stück über Hoffnung. Wir setzen uns mit dem Hoffnungsbegriff in der Zeit auseinander. Thematisch geht es Theologie, Philosophie und so weiter. Frage 2. Wem könnte das gefallen? Da wir experimentell sind, kann das jedem gefallen. Der Tanzmarkt, der Schauspielmarkt, der Performancemarkt. Wir sind experimentell. Das Theater und wer Lust dazu hat, kommt. Frage Nummer 3. Es gibt einen besonderen Clou bei der Inszenierung. Der hat mit einem Kleid zu tun. Unsere Tänzerin. Und wir. Danke an Frohe Theaterproduktion. Karten für die Premiere am 29. November unter www.loft.de oder 0341-355-95510. Tschüss. 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 Tschüss.